Das heißt, wir leiten das weltweit zu zweit. Mein Kollege ist ein Inder, der ein Unternehmen zur Entwicklung des ländlichen Raums in Indien gegründet hat und leitet. Er nennt sich Development Alternatives. Er ist sozusagen der Vertreter der Dritten Welt und der Schwellenländer in der Führung. Und ich bin natürlich eher der Vertreter der Industrieländer. Und das ist zum ersten Mal in der jetzt noch 40-jährigen, mehr als 40-jährigen Geschichte des Club of Rome, ein Modell, wo wir zu zweit führen. Sodass die beiden Welten sich auch in der Spitze vertreten fühlen. Bei den Vereinten Nationen ist das ja anders. Da sind die Amerikaner immer nicht sicher, ob sie sich vertreten fühlen durch den jeweiligen Generalsekretär. Aber weil man eben nicht alles auf einmal sein kann. Man kann nicht alle vertreten und von allen sozusagen unterstützt werden. Das ist bei uns jetzt so, wie ich es eben beschrieben habe, seit letztem Jahr. Und so sind wir zwei, die zusammen mit einem Executive Committee von zwölf Personen, die aus vielen Ländern der Welt kommen. Asien, Afrika, Amerika und Europa sind wir diejenigen, die die Organisation, die insgesamt nur 80 Personen umfasst, aber Landesorganisationen hat mit vielen Hunderten von Mitgliedern. So führen wir diese Organisation im weltweiten Kontext. Sie haben vorhin das Buch Die Grenzen des Wachstums erwähnt. Das ist 1972, glaube ich, erschienen. Das hat damals Furore gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber danach sind diese Aussagen doch sehr kritisch auch betrachtet worden, weil sie zum Teil so nicht eingetreten sind. Der Club of Rome hat dann nochmal Anfang der 90er Jahre mit einem zweiten Bericht auch nochmal Schlagzeilen gemacht. Aber zu den letzten zehn Jahren ist es sehr ruhig um ihn geworden. Was ist da passiert und wie würden Sie in der Rückschau dieses Buch Die Grenzen des Wachstums beurteilen in seiner Aussagekraft? Also vielleicht zuerst zu dem Buch. Wenn dieses Buch nicht geschrieben worden wäre, dann müsste es jetzt erscheinen. Denn heute wissen wir, dass bei einem grenzenlosen Konsum bei wachsender Weltbevölkerung die Ressourcen dieser Welt einfach nicht beliebig gestresst, genutzt und ausgebeutet werden können. Also die Grenzen des Wachstums sind heute sehr viel deutlicher sichtbar. Bei einer Weltbevölkerung, die um die Hälfte höher ist als vor den 40 Jahren. Und die dynamische Entwicklung der Schwellenländer, ihre politische, ihre wirtschaftliche Bedeutung, ihr wirtschaftliches Wachstum haben eine ganz andere Dimension in der Zwischenzeit ausgelöst, als es 1972 von uns erwartet wurde. Also die Situation hat sich viel stärker verschärft, als wir eigentlich damals vorhergesagt haben. Allerdings in der Zwischenzeit, als diese Folgen noch nicht eingetreten sind, haben viele gesagt, das ist alles Unsinn, das ist reine Schwarzseherei, das ist Alarmmacherei. Hier sollen nur Leute verrückt gemacht werden und hier werden neue Parteien gegründet, wie die Grünen, die man gar nicht braucht. Wir leben doch in einem Wachstum, das funktioniert. In den 60er und 70er und 80er Jahren war das in der Tat so. Und es hat eben dann doch viele Jahrzehnte gedauert, bis jetzt der Club of Rome wieder in aller Munde ist und von den Vereinten Nationen, von denen, die die G8-Gipfel vorbereiten, von den nationalen Regierungen als Gesprächspartner, als Informant, als Berater geschätzt wird. Und auch die Medien eben wieder ein großes Interesse daran haben, was sagt diese unabhängige Denkfabrik, was sagen diese Leute über die weitere notwendige Veränderung in der Welt, auf die wir angewiesen sind, um bei wachsender Weltbevölkerung auf diesem Planeten in Frieden zusammenleben zu können. Insoweit ist also dieses Buch heute noch aktueller, auch wenn da einige Sachen falsch prognostiziert worden sind. Es ist auch so, es ist nicht rein technisch gesehen in diesem Buch prognostiziert worden, sondern es ist in Szenarien gedacht worden. Und so ganz sicher war man sich damals bei diesen Modellrechnungen ja auch nicht, welches Szenario nun eintreten würde. Aber die Entwicklung der Schwellenländer, China und Indien, hat man nicht vorausgesehen und hat auch den Klimawandel nicht in dieser Form vorausgesehen. Insoweit ist die Situation heute verschärft und der Club of Rome ungleich aktueller. Wie ich schon sagte, um auf Ihren zweiten Punkt zu kommen, es war zwischendurch ruhig. Und das lag auch daran, dass der Club of Rome als eine kleine Nichtorganisation aus unabhängigen Denkern und Verantwortungsträgern zusammengesetzt nicht in die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern eher von Mann zu Mann, von Mann zu Frau und umgekehrt Rat gegeben hat, Dialoge geführt hat, eingewirkt hat auf Meinungsbildung, aber nicht über die Medien und nicht über die Gesellschaft als Ganzes. Und das war insoweit ein Problem, als sich in der Zwischenzeit so viele Nichtregierungsorganisationen mit einem hohen Geräuschpegel etabliert haben, dass man von uns dann wenig gehört hat. Das haben wir letztes Jahr geändert. Wir haben eine neue Führung, wir haben einen neuen Generalsekretär, wir haben ein neues Head-Office in der Schweiz. Wir haben große Fortschritte gemacht, uns unabhängig langfristig zu finanzieren über eine Stiftung. Und insoweit sind wir jetzt auf dem Wege, stärker auch in die Bevölkerung hineinzukommunizieren. Wir sind eine Organisation. Wir haben gute Kontakte zu den Medien. Dieses Gespräch hier zeigt das. Und von daher wird man von uns nun viel mehr hören. Und das muss so sein, wenn man etwas verändern will. Denn man kann nicht nur über die Regierenden Einfluss nehmen, man muss auch die Meinungsbildung, die Information in der Bevölkerung vorantreiben. Und da spielen die Medien natürlich eine ganz maßgebliche Rolle. Deswegen auch unsere intensivierte Zusammenarbeit mit den Medien. Wir werden gleich nochmal über den Klimawandel gesondert sprechen. Lassen Sie uns vorher nochmal den Ressourcen allgemein zuwenden. Wenn man das Ganze mal ökonomisch betrachtet, dann könnte man doch sagen, steigende Nachfrage bedeutet steigende Preise, bedeutet Umstellung weg von den Ressourcen, die zu stark gefragt sind. Zugespitzt könnte man da die Frage stellen, wo ist eigentlich das Problem. Das regelt sich alles über den Markt. Das Klima nicht, stehe ich Ihnen zu. Aber Öl und Metalle und so weiter müsste sich doch eigentlich über den Markt regeln. Naja, es regelt sich dann nicht, wenn Investitionen, die gemacht werden, zum Beispiel in alternative Energien oder in die Versenkung von CO2 aus Stromerzeugung in Bergwerken, so groß sind und nur so langfristig wirken, dass in der Marktwirtschaft keine kurzfristige, angemessene Rendite für diese Investitionen entstehen kann. Also muss der Gesetzgeber flankierende Maßnahmen machen, wie zum Beispiel das Energieeinspeisungsgesetz. Das heißt, Regierungen müssen flankierende Maßnahmen ergreifen, damit diese Investitionen erfolgen und die Technologien und die Anwendung dieser Technologien, sei es in der Hausisolierung, sei es bei den Kraftfahrzeugen, sei es bei der Stromerzeugung, eben entwickelt werden und schneller kommen, als das sonst in einem sich weiter verschärfenden Zustand bei noch höheren Ölpreisen kommen würde. Damit werden Versorgungsengpässe rechtzeitig angesteuert und vermieden. Dadurch wird auch der Sparwille in der Bevölkerung, der Verzichtswille in der Bevölkerung auf bestimmten Komfort ausgelöst. In Japan und Amerika zum Beispiel führt es jetzt dazu, dass die Menschen bereit sind, die Räume im Sommer nicht mehr so tief zu kühlen. Auf den Flughäfen in Japan stellen sie fest, dass die Temperaturen jetzt über 20 Grad in den Gebäuden sind. Das war vor zwei Jahren 18 Grad oder 17 Grad. Die Spitzenträger von Verantwortung laufen ohne Krawatte rum. Die großen Sitzungen bei den japanischen großen Unternehmen finden im dunklen Anzug mit offenem Hemd statt, weil man mit offenem Hemd in einem warmen Raum besser sitzen kann, als wenn alles oben zugeschnürt ist und durch eine Krawatte stranguliert ist. Also das sind Verhaltensmuster, die jetzt entstehen, die natürlich ausgelöst werden müssen durch Kommunikation. Und da ist der Club of Rome ein sehr aktiver Partner, dieses Bewusstsein zu verändern. Das kommt dann nicht von oben durch staatliche Regulierung, wo es dann allerdings flankierende Maßnahmen gibt, sondern es kommt durch eine Umstellung im Denken, im Lebensstil der Menschen und ist damit viel wirksamer, als wenn das durch oberigkeitliches Handeln erzwungen wird und die Einsicht bei den Einzelnen eigentlich nicht vorhanden ist. Jetzt haben Sie jahrzehntelang als Manager für BMW, also einen Autohersteller, gearbeitet und auch für ABB, das ist ein Hersteller von Kraftanlagen, von Turbinen, von Kraftwerken. Und jetzt sind Sie als Co-Präsident des Club of Rome damit beschäftigt, diese Art von Bewusstseinswandel zu schaffen. Was sagen denn Ihre Ex-Kollegen aus der Industrie zu Ihnen, wenn Sie jetzt als Co-Präsident dort auftreten und diese Botschaft verkünden? Ja, Sie werden staunen. Ich sitze im Board von Toyota in Japan. Im Verwaltungsrat von Toyota? Ja. Und berate das Unternehmen in politischen, gesellschaftlichen, aber auch klimapolitischen und Technologietrendfragen. Das heißt, Toyota als das Unternehmen, das als grünes Automobilunternehmen manchmal abrostrophiert wird, leistet sich bestimmte internationale Berater, die eigentlich aus einer anderen Welt kommen, sprich Club of Rome, um sich mit diesem Wissen in die Lage zu versetzen, die Produkte für die Zukunft richtig und rechtzeitig zu entwickeln. Also meine früheren Kollegen aus der Automobilindustrie sind weiter mit mir im Gespräch. Sie propagieren einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. Muss es auch einen Bewusstseinswandel in den Unternehmen geben? Kann es, wie aktuell ist noch Wachstum? Welche Zukunft hat Wirtschaftswachstum? Ganz allgemein gefragt, aus Sicht des Club of Rome. Da gehen die Meinungen auseinander, in dem Punkt. In unserem heutigen Wirtschaftssystem hat Wachstum einen absoluten Wert. Ich spreche jetzt nicht von Wachstum nur in Umsätzen oder Beschäftigung, sondern Wachstum vor allen Dingen auch im Gewinn mit dem Steueraufkommen und der größeren Verteilungsmasse für Löhne und Gehälter. In den Unternehmen durch das Finanzsystem, die Börsenkurse, die derzeitige Werteordnung unterliegen wir weiterhin in unserem Wirtschaftssystem einem Wachstumsfetischismus. Die Frage, was ist verträgliches Wachstum, was ist nachhaltiges Wachstum, wird nur in wenigen Unternehmen gestellt. Manchmal eher in Familienunternehmen, die nicht unter dem Druck der Börse stehen, als in börsennotierten Unternehmen. Es gibt aber einen Trend, der unter dem Stichwort Social Responsibility, ein englischer Begriff, aber soziale Verantwortung der Unternehmen läuft, wo dieses Denken in den letzten Jahren zusätzlich Platz gegriffen hat neben dem reinen betriebswirtschaftlichen Wachstumsdenken. Das heißt, es entwickelt sich in den Führungsetagen und auch bei den Führungskräften unter der Führungsetage ein Denken, das in Richtung Nachhaltigkeit, Verantwortung und verträglichem Wachstum geht. Aber das ist ein langer, langer Weg, weil dieses Denken in einem Widerspruch steht zu dem absoluten Wachstumsdenken, wo sozusagen um jeden Preis die Bottomline, also der Reingewinn erhöht werden muss, damit man vom Börsenkurs her nicht ein Übernahmekandidat wird. Das heißt, es gibt gewisse Schutzmechanismen, die man selber aktivieren muss durch Erfolg, um nicht unter fremde Regie zu kommen. Das ist alles ein in sich geschlossenes System, in dem man nicht einfach mit frommen Worten und kraftvollen Injektionen eine andere Haltung auslösen kann, sondern das ist ein Umerziehungsprozess. Und das Wittenbergzentrum zum Beispiel, das am kommenden Montag, also in wenigen, in Kürze, in eine Stiftung umgewandelt wird, die als Stifter die großen Deutschen, viele große deutsche Unternehmen haben. Dieses Wittenbergzentrum befasst sich mit der Vorbereitung von Führungskräften auf genau diese Fragestellung. Was ist das Wachstum, das wir wirklich uns leisten können, was wir haben wollen? Was ist nachhaltiges Wachstum? Was ist verträgliches Wachstum? Und was ist ein Wachstum, das letztlich für das Zusammenleben der Menschen eher schädlich als vorteilhaft ist? Wovon soll sich denn ein Manager heute leiten lassen, wenn er sich diese Fragen stellt, wenn er Entscheidungen trifft, die die Zukunft seines Unternehmens betreffen? Es kann nicht der Einzelne in einem Unternehmen gegen den Strom schwimmen. Da wird er rausgeworfen. Es muss ein Wandel in der Unternehmenskultur stattfinden. Es müssen also mehrere Personen zusammenwirken. Und dazu bedürfen die Unternehmen des Dialogs mit dem gesellschaftlichen Umfeld, mit der Wissenschaft, mit Vordenkern, mit der Politik. Sie müssen Dialogbereit, sie müssen Dialogwillig sein. Das ist heute schon mehr der Fall als früher, wo Wirtschaft und Gesellschaft und Politik sehr getrennte Lebensbereiche waren. In dem Augenblick, wo diese Bewusstseinsbildung in einem Unternehmen sich entwickelt und aufgeklärtes, fortschrittliches Nachhaltigkeitsdenken nicht mehr nur bei einzelnen Personen Platz greift.